Willkommen bei den Maitre Chocolatier von Lindt und den Geheimnissen der Schweizer Schokoladekultur. Heute haben wir ein kleines Geschenkmenü vorbereitet. Als Aperativ empfehlen wir Trüffel mit Mare de Champagne. Dann vorweg Gianduja Nougat im Goldmantel. Als Zwischengang feuriges Kirschtängeli. Einen Traum aus Marzipan und erlesenen Walnuss. Dann edle Vanillik. Unendliche Raffinesse. Das Geschenk der Gourmets. Hochfeine Pralines von Lindt.